...einschritte machen können. Genau. Die Hände können hoch, die Bremse hoch. Genau. Wenn du reinlässt, kannst du nicht mit der Bremse runtergehen. Und jetzt kannst du einfach die Hände hoch und geradeaus fliegen. Beim Top-Fertschutz, Sandra. Sandra, Florian, du bleibst einfach noch genau und so. Es ist alles gut, du bist super drin. So, jetzt muss ich langsam die rechte Hand hoch machen, dass er nach links in den Queranflug geht. Dann langsam her. Ich habe Zeit, wenn ich eher noch zu hoch bin. Ja, wieder von mir. So ist alles gut. Und dann kannst du schön nach langsam, langsam, langsam ummachen. Dann darfst du noch ein bisschen auf die Bremse nehmen. Noch ein bisschen auf die Bremse, damit wir eine Höhe verlieren. Mehr auf die Bremse. So. So ist es schon schön. Ein bisschen nach rechts noch, damit du nicht auf die Leute bekommst. Jetzt das Hand hoch machen. Ja, lass uns fliegen. Hand hoch, komm. Hier, lass uns fliegen. Hier, lass uns fliegen. Hier, lass uns fliegen. Hier, lass uns fliegen. Ja, gut. Und weiter, lass uns fliegen. Gut. Und gehör, sorry. Gehör ich aber. Okay. Dann nimmst du ihn gleich zusammen und gehst auch über, damit sie nicht im Weg stehen. Was meinst du? Ich will starten. Also. 3D, alles schön. 3D, alles schön. 3D, alles schön. Schön, ich komm. Schön, starte. Gib doch. Start schon, starte der Rolli. Starte der Rolli. Starte der Rolli. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Alles gut, fliegst du auch gleich aus, sonst ist alles in Ordnung. Oh, das ist gut. Schau mal die wunderschöne Schau mal die wunderschöne Schau mal die Wunderschöne Schau mal die Wunderschöne Hier auch gut, guck ich auch so Soll ich auch so weit raus, es sieht alles perfekt aus S3 Stopp! 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 So liebe Leute, dann seht ihr mal Engelberg von oben, wie schön das und geil das ist. Leck ist das schön, ey. Kannst du schön deine Kürze ziehen. Wenn du etwas tief bist, können wir dann ein bisschen Richtung Landenplatz kommen. Wir können dann zusammen mit dem Landen wollen, aber jetzt ist es eine viel Höhe. Das heisst, du kannst hier schön die Luftfliebung fliegen und die Aussicht geniessen. Sohle, du hast die Topsoft. Sohle, bremst Sandra. Handzweckle. Du darfst ein bisschen früher anbremsen. Aber es war gut, dass die Topf ruhiges Halt war. Sergio. Mit Sandra und Anja haben gestartet. Verstanden, Anja. Sohle. Sohle, wir sind ja jetzt langsam ein bisschen tiefer da. Bei dir ist aber alles in Ordnung. Wir haben ein anderer Gleitschschau, der die gleiche Höhe hat wie du. Das ist der rote, der ist gerade hinter dir, macht aber nichts, da können wir gut nach Verandern durch. Also, jetzt tust du mal einen Kreis nach links machen, also Richtung Schattenseiten über. Genau, das ist genau so richtig. Das sind ein bisschen enger die Kreise. Wunderbar, jetzt siehst du auf deiner linken Seite, siehst du den rote, der ist gleich am Kreisen, aber wir machen schön grossräubig weiter unsere Kreise. Fliegst du ein bisschen geradeaus jetzt? Geradeaus fliegen nicht weiter die Kreise geradeaus, dass wir schön hinten an den kommen, dass wir den immer vor uns sehen. So haben wir einen guten Blick und können gut kontrollieren. So, jetzt kannst du wieder Kreis fliegen. Genau. Schön noch ein wenig nach links kommen, ein bisschen enger die Kreise. Ja, schön zogen, behalten, ich darf nur ziehen und wieder loslassen. Nur nach links ziehen, Sandra, nach links ziehen. Ja, und schön zogen gehalten, sonst musst du nicht weiter. Okay, kommst du noch mal jetzt nach links rüber, Richtung Landenplatz. Okay. Also Sandra, jetzt könnte man zwar noch einen machen, ab hochreisen, wir machen ihn aber nicht mehr, wir gehen gleich nach rechts jetzt. Genau, so kannst du noch ein wenig abbrechen, Sandra. Gut, wir dürfen noch ein wenig mehr anbremsen. Jetzt sind wir wirklich hoch drin. Eher ein bisschen zu hoch, das macht aber nichts. Das heisst, wir fliegen jetzt halt ein bisschen weiter alles, ein bisschen grossräumiert, dann verlieren wir dann die Höhe schon. Noch ein wenig mehr anbremsen. So, ganz gut, dann kommst du nach links rüber, Richtung Schattenseite, einen Queranflug. Jawohl, noch ein wenig anbremsen auf beiden Seiten, du hast zu wenig anbremst. Da verlieren wir zu wenig Höhe, so. Jetzt ist es ein wenig brezelt. Dann bleibst du einfach noch so, so weiter zwischen ist es gut. Dann kommst du dann langsam durch den Abbauraum hinein, gell? Dann müssen wir noch ein wenig weit weg gehen. Die anderen bleibst du noch so, Richtung Fußwege. Gut, jetzt gehen wir noch ein 180 Grad nach links, Richtung Bauernhof. Jetzt sehen wir es an einer Seite. Schön Richtung Bauernhof. Mehr über. Mehr über. Mehr über. Gut, wie du beide dich anbremst. Und wieder kehren und wieder drinnen. So. Schön drehen, 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 drehen. So, jetzt liegt es so richtig weit, richtig gut zu mir rüber. Und dann ganz langsam läuft noch links in an der Anflugstelle. Schön langsam umgehen. 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 Und vollziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Ja, ja. Haha. So, jetzt geht es gut. Ich kann gerade in die Gegenanflug gehen. Super, Olli. Ja, wir sind von der Höhe Scooting, gell? Wolltest nicht allzu weit auszuholen. Ja, die Höhe passt. Kannst gerade nach links kommen. Nicht zu fest anbremsen, Olli. Komm nach links. Wehe nach links. Nicht zu weit auszuholen, sonst ist es ziemlich tief. Ja. Ja. So, kommt gut. Jetzt kannst du wieder ein bisschen auf der Bremse an ganz leicht. Ja, behalte noch ein bisschen auf der Bremse. Bitte auf der Bremse, falls du das noch ein bisschen mehr. Nimm ein bisschen mehr auf die Bremse, Olli. Jetzt kannst du ein bisschen fest abkürzen, sonst musst du mehr Bremsen, Olli. Sonst ziehen wir am Schluss zu hoch. Gut, danke. Und ja, jetzt kannst du noch ein bisschen fahren. Nach dem Fahren ein bisschen. Und ein bisschen nach rechts ziehen. Und alles. Super. Super. Ja, du bist auch schon da, alles.